Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon X. Wir sind hier in der Arena Phantom Paracity, die uns ein bisschen, naja, ein bisschen geneckt hat, sagen wir es mal liebevoll. Deswegen räumt Glurak hier jetzt weiter auf. Und, 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 ja. Ich war nicht sehr amused darüber. Hört die Rutsche, sieht aber das anders. Oh, Sarkasse, wer hätte das gedacht? Hua! Meine Güte, das ist wahrscheinlich mit Abstand eine der anstrengendsten Pokémon-Arena für den Trainer. Ein Dooflor! Ach, Dooflor ist schon ein tolles Pokémon. Es sabbert zwar ein bisschen, aber nein, ja. Hat nicht jedes Pokémon irgendwo, ist das eine Marotten. Und Level 41 für Queen. Ich glaube, Queen hat auch das Glücksei drauf, wa? Die levelet ihr nämlich ganz schön gut. Ganz geil, es zählt das Glücksei auch vor dem EP-Teiler? Ich habe, ehrlich gesagt, nie darauf geachtet. Oh, dann befindet sich für Quarki. Aber ich meine, es zählt nur, wenn du kämpfst. Haben wir das Glücksei eigentlich eingesetzt? Also, ich weiß, dass wir eins haben. Ja, du hast das Glücksei, dann wundert es mich irgendwie nicht. Naja, wir schmeißen das Glücksei wahrscheinlich wieder durch die Gegend. Können wir das gleich mal machen. So. Ach, da sind wir ja schon. Meine Güte. Das ging ja flott. Oh, wen haben wir denn hier? Ich bin Amaro, der hiesige Arena-Leiter. Na, wie hat dir mein Parcours gefallen? Ich habe jeden Grasheim, aus dem diese Anlage besteht, eigenhältig ausgesucht. Du kannst das als kleinen Vorgeschmack auf meine Stärke verstehen. Und jetzt bekommst du die volle Packung. Weil Grasheim-Aussuchen auch so viel mit Stärke zu tun hat. Eine Herausforderung von Arena-Leiter Amaro. Der setzt Papunga ein. Machen wir Overkill? Also nach dem, was die Arena mir angetan hat. Ja, wir machen Overkill. Äh, let's go. Ich will, dass von diesem Papunga nicht mal mehr ein Aschehäufchen übrig bleibt. Die ultimative Rache der Sieg. Dort, hier, bitteschön. Ich finde, eigentlich kriegt man die Mega-Entwicklung hier noch viel zu früh. Wir sind doch nicht mal bei der Hälfte des Spiels. Meiner Meinung nach sollte man die ersten später kriegen. Aber gut, die wurde hier als neues Feature beworben. Deswegen kann ich verstehen, dass man die halt ein bisschen früher kriegt. Oh, seht euch dieses Chef-Roman. Also, das ist unseres aber wesentlich hübscher. Aha, wir sind ja kein Flugtyp mehr. Ich dachte so, hey, warum trifft das? Aber wir sind ja Flugdrache. Geht doch. Geht doch. Wie da hinten einfach noch so knüllte Papier beim Müll einmal liegt. Irgendwie triggert mich das. Oh, Schützer. Nein, brauchen wir nicht. Ernsthaft, der hat sich ein Ultrigarier bis zum Schluss aufgewahrt. Nicht mal in Sazenia. Meine Güte. Easy. So, das war für den Schläger, für den Art vom Anfang. Die Freundschaft zu deinem Punkt bedarf viel Liebe und Geduld. Und ein bisschen Zorn. Was für ein fulminanter Kampf. Dein Team vertraut dir und du vertraust deinem Team. Als Zeichen des Sieges verleihe ich dir den Blood Orden. Yay. Mit dem Blood Orden kannst du auch außerhalb der Kämpfe die Veräumatacke Fliegen einsetzen. Außerdem gehorchen jetzt alle Pokémon bis Level 60. Sogar per Tauscher erhalten. Oh, und das ist auch noch für dich. Die Team 86 Strauchler. Die Tierwarte gestrauchler möglich ist, dir Gegner mit Hilfe von Gras in Straucheln und somit zum Fall zu bringen. Je schwerer das Ziel ist, desto größer ist der angerichtete Schaden. Manchen Pflanzen gelingt es im Wachstum selbst, Asphaltdecken zu durchbrechen. Das ist die Art von Stärke, nach der ich strebe. Du willst Asphaltdecken durchbrechen? Wenn das dein Ziel ist, will ich dich nicht daran aufhalten. Ich kriege in der Hoffnung eine Bossgehalte, wenn du es geschafft hast. Wir haben eine Paralyse, die geheilt werden muss. So, ich kaufe jetzt erstmal Hyperheiler. Das passiert mir nicht nochmal. 20,5 für den Rest des Spiels ausreichen. Und dann als nächstes... Items bewegen. Du da, du hast da was, was ich haben möchte. Bewegen. Gibt es mal diesen wunderschönen Lokal. Das ist da wesentlich besser aufgehoben als dir. Den Bollenhelm, ähm, den nehmen wir dann. Ciao. Na ja, unser Shiny-Schlupfuck. Es ist immer noch da. Das kann sich dann in meine Box mit den anderen Shiny-Pokémon gesellen, wo es einfach ewig rumgammeln wird. Bitte schön. So, Wave braucht eh ein bisschen Training. Nein. Ja bitte! Ah, was willst du denn hier? Ich habe von Professor Platan gehört, dass du die Mega-Entwicklung gemeistert hast. Oh, woher weiß Professor Platan das? Meine Glückwünsche zu dieser tollen Leistung. Damit hast du den Grundsteinvernehmung noch glanzvollere Karriere gelegt. Der Schmutz von gestern lässt dich nicht mit dem Schmutz von morgen überdecken. Nein. Wenn du nach einer neuen, reinen Welt der Schönheit schreibst, gibt es nur einen Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Nimm diese Worte als Sänger-Anschluss mit auf deinen Weg. Okay. Hast du ein Item? Hat er tatsächlich. Können wir nur jetzt mit anfangen. Hast du ein Item? Also, du da. Hast du eins? Hätte mich auch gewundert. Wir haben hier in diesem Abteil schon ein Dingstens genommen. Da bist du ja endlich! Haha, tut mir leid, wir wollten dich nicht in Verlegenheit bringen. Wir haben gar nicht wirklich auf dich gewartet. Wir waren im Auftrag von Professor Platan unterwegs zum Kraftwerk. Aber das Tor zwischen Illumina City und Route 13 ist aufgrund eines unerklärlichen Stromfalls geschlossen. Wir müssen in der Sache auf den Grund gehen. Also gut, du hast bereits den Zentral- und den Küstenbereich der Karlsregion bereist. Was fehlt also noch auf der Liste? Ganz genau, der Gebirgsbereich. Warte mal, ich erweitere deinen Pokédex gleich mal mit dem fehlenden Bereich. Der Karls-Gebirgspokédex sollte nun auch in deinem Pokédex-Menü erscheinen. Berühre die dazugehörige Schaltfläche und schau gleich mal hinein. Dein stassener Blick. Du siehst mit einmal so erwachsen aus. Das sind die Kleidungsstücke. Aber egal, wir müssen weiter. Bon voyage! Apropos, ich kann mal wieder neue Kleidungsstücke gebrauchen. Die Illumina-Steppe. Und ich sehe schon, ich glaube, das ist ein Fall für unsere Schutz. Oder? Ich glaube, ich muss mich ein wenig vorsichtiger voranwagen. Ein Kaumalad! Bin jetzt nicht so der Fan von Knack-Krack. Außerdem haben wir schon einen Drachen-Pokon. Hey. Das wird furchtbar, hier lang zu gehen. Oh, lass mich raten, du hast die Wegsperre. Wir müssen gegen dich kämpfen. Gott sei Dank. Kriegt mich der Schutz überhaupt irgendwas? Na, wir haben genug, um es auszuprobieren. So, ich stinke. Lasst mich in Ruhe. Ist den Kackegal. Ich komme trotzdem her. Was für Idioten. Ein Knack-Krack-Krack. Oh, wir können uns auch in die Weltweiche machen. Meine Güte. Das ist ja die reinste Drachen-Fund-Grube hier. Ach ja, du machst Ausweg los. Weißt du was? Ich gebe dir Ausweg los. Ist zwar total übertrieben, aber der verlangt dann für mich danach. Oh, die. Ist es ja eine Sie gewesen. So. Ist es ja noch was? Toll. Oh. Da werden wir uns wohl demnächst mit Team Flare anlegen müssen. Lass mich in Ruhe. Alter, die Dinger sind mal überhaupt nicht nervig, ne? Die sind so dieses andere nervig. Du hast doch bestimmt noch. Ach, weißt du was? Ich kann mich eigentlich gut besiegen. Du bist ein entwickeltes Pokémon. Du bist ein entwickeltes Pokémon. Darf dich mir doch. Ganz vorsichtig. Okay, ich habe zwar gedrückt, aber auch gut. Komm, kommst du ja. Ah, ich will doch noch mal drauf. Ein Zentimeter noch. Ich will doch nicht noch mal drauf. Uh, das war knapp. Hm, Pudersand. Was haben wir hier? Ein Feuerheiler. Super. Für den mache ich mir die Mühe. Ah, das war irgendwie so offensichtlich, dass da ein Item liegt. Ich glaube, das AW Plus gebe ich mal unserem Filinara für die Mondgewalt. So oft hat man das ja nicht. Und Filinara hat nicht viele andere gute Angriffsattacken. So viel kann es nämlich auch gar nicht lernen. Ich meine, wir könnten dem doch Spukball beibringen. Ich glaube, die Okilese kann es auch noch lernen. Aber da ist die Sache. Erstmal haben. Natürlich ist halt das Pokémon runter. Natürlich. Da brauchen wir nicht. Da oben ist die TM. Ich will da hoch. Okay, hoch ist kein Problem. TM57 Ladestrahl. Oh Gott, wer kann denn was damit anfangen? Wir haben keine Elektro-Pokon in unserem Team. Damit kann keiner wirklich was anfangen. Äh, äh. Oh, verdammt. Ich muss ja wieder zurück. So was Blödes aber auch. Was für nerviges Sandstöpchen. Natürlich, da gibt mir mal einmal ein bisschen mehr Gas. Oh, nicht schon wieder ein Knackleon. Das sollte halt nicht auch reichen. Um diese Tür zu öffnen, ist ein besonderer Pass vonnöten. Gab es eigentlich einen Pass, um diese Tür zu öffnen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich ehrlich gesagt nur daran erinnern, dass es diese Tür gibt. Ich weiß aber nicht mehr, was drin ist. Hä, hä. Äh, ist gar nicht so einfach hier. Gut, ist es weg. Aha, ich habe gedrückt. Danke. Ein Glattbrocken. Was haben wir hier unten noch? Da ging es runter. Und ein Blödes Pokémon. Warum denn nicht? Nicht schon wieder ein Knackleon. Großer Gott, die fächeln ja gerade, um zu darum trainiert zu werden. Ach, hier sind wir wieder. Geh weg. Kusch dich. Und hier ist auch ein Pass vonnöten. Und hier ist auch ein Pass vonnöten, unterlichten Item. Eine Firetapel. Vor allem, wie es hier mal so diese kleinen Dinger gibt, wo du dich hinstellen kannst, damit du einen besseren Blick auf das Gebäude hast. Es war so knapp, wir haben es eigentlich noch nicht mal berührt. Es ist ein Kaupalat. Eine Sackgasse, wie schön. Und ich bemühe mich so. Und natürlich ist es ein Knackleon. Oh, ist das so ein Felsbrocken mit der Riechinger-Attacke? Könnte mir da ein Item rausschlagen. Aber leider kann ich mir nie merken, welche Attacken das sind. Das ändert sich von Tara zu Tara. Ta-ta-rata. Wie dieses Pogbo ist einfach schneller war als wir. Minitzen hat dieses Diktik keine Wegsperre. Das Tür nach Illumina City ist geschlossen. Heißt es, etwas gab als Stromausfall? Aber das Kraftwerk ist doch im Betrieb. Was geht da bloß vor sich? Okay, wir mal gucken. Hi. Hi. Na, hoffentlich lohnt sich das jetzt auch. Na, immerhin den Sonnstein. Hey, hey, hey. Ach, wie die Bieste einfach mal schneller sind als wir. Na, ist hart ausweichslos. Und dann zeigen wir ihm mal ausweichslos. Ich wollte flüchten. Und der wird sich für Dawn. Noch so'n Ding. Hey, hey, hey. Hi. Ich bin ein Mitglied von Team Flair. Und jetzt werde ich dir gepflegt. Einen Sieg gegen dich erringen. Oh. Ist es wieder der gepflegte Typ von vorhin? Oder handen die alle, was du mit ihrem gepflegten aushaust? Tja. Easy GG. Ah, nee. Furchtlar, mit dem kurzen Ärmchen, das kannst du knicken. Ist, glaube ich, nicht so'ne gute Idee. Geht doch. Und Level 41 für Quarky. Schon wieder verloren. Du hast gepflegte Typ mit mir aufgewischt. Mal wieder. Und jetzt mache ich mich ganz gepflegt aus dem Staub. Wobei Staub hier das Wort der Stunde ist. Hä? Wo ist denn mein Kraftwerkspass? Das darf doch nicht da sein. Dann habe ich einfach meinen Kraftwerkspass verloren. Na, ein bisschen gepflegte Detektivarbeit. Ja, aber den passt sicher wieder. Er muss mir runtergefallen sein, als ich an dem großen Felsen rumhantiert habe, der sich von meinem jetzigen Standpunkt aus neun Schritte in Richtung Osten befindet. Hätte ich doch nur einen Itemradar. Da könnte ich ganz gepflegter das suchen. Die da großen Felsen? Ich glaube nicht, dass das neun Schritte sind. Okay, machen wir es uns einfach. Itemradar, here we go. Es war der große Felsen. Ich habe nur an der falschen Stelle gesucht. Hi, du. Ab ins Kraftwerk. Dann geben wir mal Team Flair eins aufs Maul. Wer bist du? Ich bin Sephi. Wer, 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 wer? Wer bist du? Verwägst du mal, wer bist du? Sag mir nicht, wer du bist. Sag mir jetzt, sagst du mir jetzt endlich deinen Namen? Ich habe doch gesagt, ich bin Sephi. Und gefugt haben, hier nichts zu suchen. Aber ich bin doch die Sephi. Und die Sephi hat ein Lucario mit Steirungshieb. Viel Spaß. Oh, ein Gubunke. Es hat eine Vorahnung. Und er schaudert. Ja, warum bloß? Wahrscheinlich, weil wir Dampfwalze haben. Viel Spaß. Wow, das hat jetzt echt viel EP gegeben. Aber immerhin für Crimsonauts gereicht. Wer bist du? Ich habe doch gesagt, ich bin Sephi. Hör mir die Leute zu. Wer denn alle, wer bist du? Jetzt zacken wir den Strom von Illumina City an. Stär, auf jeden Fall können uns geschulden bleiben. Aber jetzt wissen wir jetzt, was wir mal hier machen. Hi. Ich bin ein Kind mit Superkräften. Und hier hat keiner ein Item. Na, eine Tafel war es aber gut. Das müssen wir kaufen. Würde er es uns schenken, wäre das was anderes. Immer eine Blitztafel. Die können wir für uns zwar nie bei Ebay vertackern. Hi, du. Wieder mit Blühbunkel. Na ja, dann gibt es eben wieder eine Dampfwalze. So einfach ist das. Ein Golbert. Was machen wir denn damit? Ach, den hauen wir einfach wieder in die Rückkehr rein. So sieht's doch aus. Hat fast gereicht. Und da will ein Fertifisch-Chef-Rolle. Tja, mit Flair gegen Team Flair. Oh, hier sieht so etwas sexy aus. Hi. Mein Eindringling. Na warte, Mädchen. Ich werde dich in die Schranken weisen. Versuch mal. Oh, ey. Nein. Und es hat nicht mal Bedroher. Bedroher war so ziemlich das Einzige, was es von einem eventuellen One-Shot schützen könnte. Na gut, Steigerungssipp ist jetzt auch nicht so die Stärkste. Ich hätte ehrlich gesagt, das ist das, ähm... Das ist das Park und halt nur überlebt, wenn es halt... Schießmichtod hat. Ich glaube, ich gebe den Hyperheiler. Wenn wir uns hauen, dann tut das richtig weh. Wir haben ja. Und Level 41. Na, zu viel brauchen wir nicht. Klarer Fall. Wenn nicht jemand in die Schranken gewiesen wurde, dann ich. Und das ist nicht zu knapp. Ja. Da weiß ich nicht eben in die Schranken, indem ich hier stehen bleibe. Shit. Was sollen wir jetzt tun? Wir beenden den Part. Das werden wir tun. Beim nächsten Mal geht es wieder weiter. Im Kraftwerk werden wir Team Flair weiter aufmischen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin und ich verabschiede mich wie immer mit einem Schaui.